Sohoho So, erstmal werde ich die neue Rüstung mal anlegen Boah, ein Schild leuchtet so schön So, ich taue uns mal direkt ein Jo Die Halle, der Magister So Jep Mann Tensville durch Grün meins durch Weiß Bleib stehen Cool Vorbei deine grüne Hintergrundfarbe Hm Tscholli tscholli Jep Weiß noch nicht was ich davon halten soll Wie cool es mit den Laternen ist. Wir sehen jetzt schon ein bisschen cool aus. Auch wenn ich dieses Schwert, also die Form meiner Klinge, ziemlich unzweckmäßig achte. Zieh es mal. Wie geht das? Bei mir wäre es früh Y, aber seit der Hotkeys draufstehen. Ah. Yeah, about that. Aber deine Handschüßung, cool. Ach, die Form ist doch praktisch. Da bleibst du überall hängen. Ja, das wird zwar nicht gegen Rüstung einsetzen. Das ist ja nur gegen wehrlose Gegner. Und was mache ich dann, wenn jemand eine Rüstung hat? Weglaufen? Ja. So als Hack-Werkzeug benennst du. Hack-Werkzeug. Wenn der Krieg so einfach herkommt, auch wenn er so einfach wäre. Wenn der Kriegshemmer mit dem, ähm, mit dem, wie heißt das denn nochmal? Am Kriegshemmer. Die eine Seite hat eine Spitze, um die Rüstung zu knacken. Da gibt es eine Bezeichnung für. Irgend so ein Schnabel, so und so Schnabel. Hm. Na, so ein Teil halt, ja. Und dein Ding ist sozusagen auch so ein Teil. Du sollst ja nicht durchschlagen, dann würdest du hängen bleiben. Aber wenn du immer wieder rausziehst, ist doch alles gut. Dann musst du gar nicht weinen. Also ich kann mir da einige tricky Martial Arts Moves vorstellen, ne. Die mich passen können. Komm, wir holen den Wein vom Kulturas. Du weißt immer, was mich glücklich macht. Die Eisberge sind so schön. Oh, wie geil das Wasser aussieht, wenn man da so klatsche-platsche-kuchen macht. Ups. Klatsche-platsche-kuchen. Oh ja, die Grafik von WoW ist einmal so schön. Oh, Pinguine. Ich hasse Pinguine. Hängen wir zum an. Hahahaha. Hi. Mit Stiftsgewinnen nicht auftauchen. Jetzt kommst du in... ins Getriebe. Ins Getriebe? Ich hab den Wein... gespottet. Auch meine Inkompetenz verhindert... ihn zu trinken und sowas. Scheiße. Scheiße. Ah. Oh shit. Ein großer Riff, halt. Charge. Ist das? Ich hab Käpt'n nie klug Riffen. So. Wie kann es sein, dass wir noch keine DBS haben? Du, ich hab keine Ahnung. So. Hier kommen da eben keine Heroik rein. Weil benötigte Gegenstände nicht haben und und und. Mann, Mann, Mann. Dreck ab. Hast du den Wein? Ich denk schon, ja. Hab ich. Okay. Hast du Dreck abgegeben? Ja, Juppa. Da gibt's so ne... so ne... so ne... so ne... so ne... chain, ne? Wow. Epic. Yo, alter. Passpoint. Auf zum Dessert, ja. Auf. Uff. Ich bin mir die Mannos, Pech. Auf. 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 Gern, 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 gern. Nice. Gammeln, nein. Boah, das ist die volle Revolution, für die arme Schpiepel, als beim Der Letzte Zeuge. Die Leute ja auch die Glauben, und alle arme Schpiepel kommen. So übelst chirurgisch im Moment. Hm. Was ist so? Ich kann diese Heilskette nicht gebrauchen. Dann benutze sie halt nicht. Aber sie ist blau. Hm. So. Diplomatische Mission oder Feigling und Dummköpfe? Ich bin für die Diplomatische Mission. Okay. Wir meinen, die wäre es nice. Jetzt hätten wir so einen Livestream. Da können ja Leute im Chat schnell schreiben, was wir am besten machen sollen. Vielleicht machen wir das, wenn das nächste Zeit-On-Released schließlich. Oh, das wird geil. Wie ihr wisst. Haha, wie ihr wisst. Ich habe schon überlegt, wenn wir das letzte Spiel fertig haben, dafür macht es jedenfalls, dann geht es halt ruhig los, muss man sagen. That's true. Ob wir mal an so eine Spiele-Website buffen oder so, das so mal rausgeben, weißt du. Oh, wir haben gerade längst Let's Player-Webzeiten rausgemacht, oder so. Dass sie so einen Use-Flash machen, weißt du. Hm. Na, warum eigentlich nicht? So. Räuber und Langboots-Männer. Achtung, Nebel zieht sich zu. Boah, ich habe über 10k HP. Und ich habe das schon. Ich habe mal wieder DPS. Ja. 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 Es tut mir immer so leid für so Leute, die echt keine Freunde haben und so. Findest du nicht, dass Leute, die keine Freunde haben, was verdient haben? Aber Scooby, wenn sie schon keine Freunde haben. Wäre er in unserer Position gewesen, würde er dasselbe tun. Das wissen wir gar nicht, Scooby. Wie können wir so urteilen? Oh dude, seriously, I don't care. Aber Scooby. Du musst dein Gewissen zurückkommen. Deswegen verlieren wir auch immer bei so Spielen. Wenn du dann immer so Mitleid wieder kriegst, dann so deine Session machst. Oh Scooby, aber was ist, wenn er keine Freunde hat? Ja, was ist, wenn er Freunde hat, oder? Oh, die Terrassen der Marieste, das kommt mir. Sollen wir das jetzt als Zeichen Gottes an... Warum ist das weggegangen? Was? Ah, ist wieder da. Betrieb. Bei mir nicht. Klick auf das Dungeon-Bowser-Point. Auch da ist es nicht da. Bei mir scheint. Man wartet hier auf deine Meldung, Scooby. Bei mir steht, dass alle da sind, außer ein DBS. Ach so, du hast draufgekriegt. Ne, ne, also rechts oben auf der Minimap steht das. Das ein DBS fehlt. Ja, ein DBS hat nämlich abgelehnt. Ach, der ist so schnell wieder raus. Das wird's gewesen sein. Ja, also auf mich wartet man ja nicht. Ja, ja. Jetzt fehlen zwei DBS. Ach, da ist es, bei mir ist es da. Weil du dich jetzt mal als Spieler und DBS einträgst. Deswegen kommt sowas zustande. Ich dachte, das wird vielleicht funktionieren. Ich dachte, das wäre witzig. Denen sind wir schon mal erst dran, Scooby. Na. Die ersten unter den zweiten. Denn der Einäugige ist König unter den Blinden. Nicht wahr? Nicht, oder? Nicht ohne Freunde. Bitte Comments, ob man sowas machen sollte. So einzelne Spieler zu töten. Bitte Comments. Ja. Cocha sagt ne. Scooby sagt jawohl. Jawoll, ja, ja. Scooby ist ja auch Ex-Militär. Ja, der hat gelernt zu töten. Ja, die Frage ist. Haben wir gelernt zu töten? Oder zu vernichten? Also nach der Statistik von... Wow, das ist ne coole Waffe. So ist er einem Paladin in meiner Position gerade angemessen. Aber nein, was nehme ich? Den Medizinstecken? Das ist der Gedanke. Ist der Gedanke? Nie!